Herzlich Willkommen zu der nächsten Hearthstone Constructed Episode hier auf WePlayerGames4U. Ich bin so Ivo und wir spielen aktuell, ja, Truide. Ich bin so ein bisschen dabei die Decks jetzt auszuprobieren, da ich in Legendary ja angekommen bin. Ja, einen riesengroßen Sprung haben wir zurück gemacht aktuell, ich glaube von der letzten Folge aus. Im letzten Stream war ich vielleicht schon Platz 380, jetzt sind wir wieder 1770, also das ist ein ganz schön großer... Ja, Sprung, würde ich sagen, dadurch, dass ich eben Decks ausprobiere. Ich denke nicht, dass wir den Black Knight gegen den Schurken brauchen. Ich denke, mit dem Deck hier sollte es eigentlich wieder weiter nach vorne gehen. Das ist der einzige Decks, das ich auch zum Aufledern benutzt habe. Wie immer, wenn man einen 3-Drop hat, den man in Runde 2 dann quasi auch spielen möchte, kann man den Wildgroßkram rauskoinen. Ja, was gibt's zu sagen? Wir sind noch 5 Tage in der Season, also wir werden dann schon noch versuchen, wenigstens irgendwie in die Top 500 oder so mal zu kommen, denke ich. Und dafür werde ich nachher wohl auch nochmal eine Runde streamen, das heißt... Ich denke so gegen halb 5, 5 und dann werde ich mal so 2 Stunden wenigstens noch streamen. So ist aktuell zumindest mein Plan. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch nochmal ein. Ich werde dann auch nochmal ein Video auf YouTube stellen, dass ich, also wenn ich dann live bin, damit ihr alle Bescheid wisst. Wie gesagt, so 16.30 Uhr, 17.00 Uhr rum werde ich anfangen, ungefähr 2 Stunden lang. So ist mein Plan. Das können wir nicht so gut. Vielleicht, ich kann's gerne den hier spielen, aber wenn er dann blöd ausflippt, ist das ein bisschen uncool. Aber ich denke, das machen wir trotzdem. Ich hoffe, dass wir irgendwie einen Swipe oder sowas ziehen, das wäre toll. Das war schon mal kein Swipe. Schade. Wir hätten natürlich auch rausgehen können und mit einem Raph ihn finishen, aber das ist halt auch ein bisschen uncool, meiner Meinung nach. Ja, das ist natürlich gut für uns. Da kommt auch das Swipe, also es wäre so oder so gut gewesen. Ich denke, wir werden ihn hier weg traden und werden mit ihm den töten und spielen den hier auch aus. Lassen ihn mal nicht zaubern. Das sieht auch gut aus. Puh, wie wollen wir den töten, ist jetzt die Frage. Ich denke, wir gehen hier ein bisschen in den Akro-Modus. Töten ihn einfach so, weil wirklich was ausspielen will ich jetzt von den Karten, die ich hier habe, nicht. Ich könnte überlegen, den hier auszuspielen, weil ein Rogue eigentlich eh nichts in der Richtung hat. Tun wir mal raus. Vielleicht reicht es dann nächste Runde schon für tödlichen Schaden. Irgendwie mit Swipe und Savage-Raw oder sowas. Er macht ihn kaputt und kann nicht leben. Besser als wenn er ihn kaputt macht. Noch einen. Wahrscheinlich Deadly Poison plus Blade Fury fährt sich jetzt mal. Oh, ne, er braucht all seine Zauber. Und den zappt er nur. Okay. Kann ich sehr gut mit leben. Das Ding ist, wir werden hier auf jeden Fall das hier machen. Sieht zwar ein bisschen blöd aus, aber er geht genau auf 14 HP runter. Und nächste Runde ist Combo-Range, das heißt, er muss sich jetzt heilen. Und wenn er sich nicht heilen kann, ist es vorbei. Sieht ganz so aus, als ob es vorbei wäre. Ich meine, was will er machen? Und das war's. Schneller Sieg, würde ich sagen. Easy. Ich mach auf jeden Fall noch eins, das ging ja relativ schnell. Ich denke, wir werden nachher vor allem im Stream dann auch ein bisschen Arena spielen. Ich hab dann noch eine angefangene Runde vom letzten Stream. Da steht es aktuell 2-0 mit einem Schamanen-Deck. Ich denke, das werde ich dann erst mal zu Ende bringen. Auf dem Stream. Generell haben wir ja vor, wieder mehr zu streamen. Planen, aktuell mindestens 3-mal die Woche zu streamen. Wenn nicht sogar täglich. Aktuell. Ich werde wohl heute streamen und morgen dann sogar ein bisschen länger. Am Abend, so ist mein Plan. Und Rektalin wollte, glaube ich, am Mittwoch streamen. Also da ist wirklich sehr, 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 sehr viel Content, das jetzt die nächsten Tage und Wochen dann auf Twitch kommt. Relativ viele Schurken im Legendary-Rang, muss ich sagen. Ich weiß nicht genau, wieso. Ich hab da auch so ein bisschen ein Akro-Rogue-Deck, sage ich jetzt mal. Ich hab schon überlegt, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, ein neues Backspace-Rogue-Deck zu basteln mit den neuen Karten. Das ist ein bisschen uncool, weil ich keine echte Möglichkeit habe, den zu töten. Wenn ich ehrlich bin. Ich bereite ihn mal ein bisschen vor, dass wir ihn mit einem Rug töten können, auch wenn es eklig ist, das so zu machen. Alles gut für uns, dass er sonst nichts spielt. Geil wäre es, wenn wir jetzt einen Wildcross ziehen würden. Tun wir aber leider nicht. Deswegen bleibt nichts anderes übrig, als das hier. Violette Ausbilderin. Die spielen aktuell auch super viele Leute, ey, das ist der Wahnsinn. Die hätte ich lieber gespielt, letzte Runde. Also jetzt die Runde quasi, statt dem Drake. Aber was soll's. Da holt er sich einen kleinen Dude. Er hat noch einen Zauber, schätze ich mal. Okay. Ja, wir haben einen Swipe, das ist das Gute. Das heißt, wir brauchen uns jetzt nicht so riesengedanken machen. Das heißt, wir swipen den hier. Ich muss überlegen, ob ich eine Karte ziehen will, oder ob ich Damage nehmen will. Ich würde letztendlich zwei Damage nehmen. Ich denke, dass zwei Damage nehmen hier besser ist, weil er eben so SI-7-Agents und sowas noch haben sollte, mit denen wir eben die drei Damage gut verwenden können. Eventuell müssen wir uns überlegen, uns mit dem Urtum der Lehren zu heilen, falls es kritisch wird. Mal schauen. Cool wäre jetzt ein Slutsch-Belcher oder sowas. Ich weiß nicht, was der auf der Hand hat. Der spielt da so einen komischen Crap zusammen. Der muss irgendwie Zauberkarten und Scheiße haben. Ich will mal den hier. Ich vermute, dass er mir die Hand wieder hochgesetzt wird. Das ist meine Vermutung. Mal schauen. Ich keine Ahnung, was der da für eine komische Hand hat. Noch mehr Karten. Der muss irgendwie so einen verrückten... Wie nennt sich der kleine Pirat da? Also diese 1-2-1 mit Charge, wenn er eine Waffe angelegt ist, haben mit mehreren... ...Buff-Karten. So ist zumindest meine Vermutung. Wir spielen auf jeden Fall den hier. Und wir spielen den hier auch aus. Denn wie gesagt, was Großes kann er eigentlich nicht haben. Wir verhindern jetzt so ein bisschen die ganzen Spells... ...durch den hier. So dass wir Damage machen können. Und eventuell haben wir für nächste Runde schon genug, um ihn weg zu frühstücken. Das wäre quasi so die Rettung. Ragnaros, holy shit. Bitte mein Face. Okay, jetzt habe ich da 9. Das heißt, ich bräuchte 9. Sehr aktuell aber nur 6. 16 hätte ich höchstens. Das hilft nicht wirklich. Ich spiel mal den hier zuerst. Swipe. Okay. Das wären 10, 14. Das reicht immer noch nicht. Das heißt, wir müssen das so machen. Weil töten müssen wir den, denke ich, auf jeden Fall. Ich bin aber immer noch ein bisschen verwirrt, was für ein Deck der da jetzt überhaupt spielt. Das ist super seltsam. Kommt da noch nicht so ganz drauf klar. Ich hoffe jetzt, dass ich die Runde irgendwie überlebe. Am besten mit einem der Diener am Leben. Das wäre toll. Bei so vielen Karten, die er auf der Hand hat, sollten wir das jetzt hier an der Stelle verlieren. Schätze ich. Können wir froh sein, dass er das schlechteste Target auf jeden Fall erwischt hat. Der Ragnaros. Brab. Plus was? Sabotage. Und er kriegt auch noch den, ey. Das ist doch scheiße. Das heißt aber eigentlich, wenn er Mana ausgibt für einen Sab, dass er nicht genug hat, um uns zu töten. Okay. Okay, okay, okay. Sabotage Raw. Danke. Das war gut. Da haben wir das Match doch gewonnen, dank dem Chop Deck. Sehr schön. Also wie gesagt, am besten unseren Twitch-Channel auch folgen. Heute Abend, morgen wohl jeweils ein Hearthstone streamen. Mittwoch wird wohl Rektalin streamen. Und ja, wie gesagt, da wird jetzt so gut wie täglich etwas kommen, die nächste Zeit. Zumindest ist es so in Planung. Naja, unser Twitch-Channel ist, oder heißt auch WePlay Games for You, genau wie unser YouTube-Channel. Also, falls ihr vorbeischauen wollt, sehr gerne. Ist, glaube ich, auch unten in der Beschreibung nochmal ein Link zum Twitch-Channel. Und ja, freue mich, wenn ihr heute Abend einschaltet. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.